willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar schauen wir uns heute richtig krasses video an und zwar haben hier ein paar maskierte ein geldtransporter in berlin überfallen oder es versucht wie auch immer ob die im endeffekt entkommen sind weiß ich nicht wir schauen uns auf jeden fall mal das ganze an die maskierten waren auf jeden fall richtig richtig gut ausgerüstet mit irgendwelchen kalaschnikows und auch einem ja wie soll ich das gerät nennen was hier die tür dann aufbricht also wir schauen uns das ganze einfach mal an und dann sehen man sieht nicht so schlecht also das gerät geht einfach zwischen die türe und drückt die türe dann auseinander die waren auf jeden fall richtig richtig gut vorbereitet die ganze sache war auf jeden fall geplant später machen die dann einen richtig krassen fehler auf jeden fall und jetzt sind die auf jeden fall schon drin wir haben jetzt den ersten koffer hier den koffer voller geld eingeladen den zweiten den dritten den vierten das problem an der ganzen sache ist die schmeißen die ganzen koffer einfach rein ungeordnet und jetzt schauen wir mal weiter im hintergrund hört ihr schon die sirenen also die polizei ist schon auf dem weg mittlerweile und die geraten auch natürlich unter druck hier also jetzt haben die das den größten koffer aus dem wagen bekommen und versuchen ihn jetzt in das auto zu bekommen und weil die natürlich hier unter druck geraten sind und die ganzen koffer nicht ordentlich ins auto geladen haben kriegen die jetzt das große ja den großen schatz auf jeden fall gar nicht mehr rein und es kommt so wie es kommen muss also der kofferraum wird nicht zugehend der koffer fliegt natürlich raus und da hinten seht ihr den mit der kalaschen koffer und da ist auch schon der große koffer natürlich rausgeflogen auf jeden fall richtig richtig krass der überfall ob die jetzt entkommen sind weiß ich gar nicht auf jeden fall haben die den größten schatz definitiv auf dem boden verloren ich würde sagen wäre ich der fahrer gewesen ich meine man ist sehr bewaffnet aber wenn da jemand mit einer kalaschen koffer vor dir steht ich denke da wirst du auf jeden fall alles hergeben was du hast ist ja im endeffekt sowieso versichert so ist ja nicht und ja das war's heute mit dem heutigen video wenn euch das video gefallen hat dann lasst einen like da und folgt mir auf dem Instagram Peace Outro Outro Outro